Die Zauberflöte ist sicherlich die populärste Oper des Repertoires. Schon kurz nach ihrer Uraufführung im Jahr 1791 gab es eine Bearbeitung für zwei Violinen und zwei Flöten, die beim Verlag Schott in Mainz erschienen ist. Sie eröffnete einen regelrechten Boom an Bearbeitung, die dann im 19. Jahrhundert zur Kammer und zu Hausmusik wurden. Le Quatre Violants haben in den 2000er Jahren diese Bearbeitung genommen und neu für vier Violinen bearbeitet. So erleben Sie jetzt gleich drei der berühmtesten Nummern aus der Zauberflöte bearbeitet für vier Violinen. Das ist das Lied des Papageno, der Vogelfänger bin ich ja, das ist die Arie der Königin der Nacht, der Hölle Rache kocht in meinem Herzen und das Abschlussduett von Papageno und Papagena, bei dem sich die beiden Liebenden finden. Sie erleben jetzt diese drei Arien mit Elisabeth Klaas, Hanna Müller, Franziska Genetzke und André Roblefield, alles Violinisten in unserem Orchester. Viel Spaß! Musik 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 Musik